Herzlich Willkommen auf meinem Kanal idu. Ich bin heute wieder in Brawl Stars und mache ein Brawl Stars Turnier. Ich habe ein paar Freunde gerufen und die sind alle zur Hilfe gehalten und nun ja, machen wir ein Turnier. Das ist jetzt der erste Kampf von ein paar, die noch kommen werden. Das ist die Eröffnungsrunde und ich hoffe, dass ich sie diesmal gewinne. Ich hoffe, ihr euch gefällt es, wenn ich sowas mache. Und ja, ihr dürft gerne liken und abonnieren, wie ich schon gesagt habe. Das ist jetzt der erste Kampf. Wer diesen Kampf gewinnt, ist automatisch eine Runde weiter. Und das will ich dann. Annehmen bitte. Und ja, ich habe jetzt auch ein paar Trophäen wieder mehr, wie ihr auch bei der Ankündigung von letztem Livestream gesehen habt, habe ich jetzt Leon und ihr. Sehr schön, wenn es auch noch losgeht. Nein, stimmen wir nicht. So, also der erste Kampf für heute. Ich muss gewinnen, sonst bin ich nicht weiter. Puh, Nani macht echt Schaden. Der ist ein bisschen gefährlich an ihr. Ich bin gerade so schlecht. Ah, nein, 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 die ist ja nicht gut für mich. Die sind einfach rein, wie ein Vollidiot. Ich will rausfliegen. Ich renne jetzt einfach. Geh weg. Ich habe keine HP mehr. Bitte. Boss, lass mich in Ruhe. Boah, Ross. Jetzt bitte noch die letzten paar Sekunden überleben. Ernsthaft? Wie kann der so viel Schaden machen? Warum macht dieser Scheiß so viel Schaden? Warum? Oh, ho, ho, ho. Ihr seht nicht, wie ich zitter. Ihr seht nicht, wie ich zitter. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho. Das ist ja jetzt schon genug vom Turnier. Oh, ho, ho. Gut gespielt. Ja, es war echt knapp. Aber, ja, leider bist du nun draußen. Und ich bin Walter. Ihr werdet informiert, wie das nächste Spiel ist. Und wann es ist. Und, ja. Ich habe mir auch bei, wie ihr seht, viel Mühe gemacht. Naja, das hat man noch nicht gesehen. Aber, ja. Jetzt nochmal gucken, was er schreibt. Und dann ist das Video auch eigentlich vorbei. Okay. Das war's dann jetzt auch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.